die Haare der Söhne und Zerträger ein Zögern damit da auch extra lange folgen mit der Umgebung nehmen die mich eigentlich nicht heute ab das klingt gut das ist er ich will es alt ist aus schul und schlafen wo achten andere malen durch kein scheiß nie durch das nennt sich ohren in ihr ständen was den ich in ihr ist es sind ganz normale ohren wenn es zu das ist das recht was du bist ok der war jetzt echt schlecht jetzt fahrt alter was das denn für ne Aktion ich kann noch weit und breit gegen keine Kante fahren du musst aber da aufpassen du darfst halt nicht gegen mich fahren aber der Scheiß alter alter kannst du mal bitte unsere Ferse wieder bringen werde ich dir sehr verbunden ja ja mach ich dann stell du dich mal da hinten hin sonst wirst du noch von irgendwas durchgemült mit ich bin was vor vor allem 2 b 4 würde ich mal sagen ganz einfach mitten in der pappel ist ganz was sie schaffst du es in diesen 23 minuten noch unsere flagge wieder zurückzubringen wäre ich dir sehr verbunden die ist bei denen hinter den häusern der dicke mongratze also ich habe hier zwei also die ballern jetzt nämlich mal beide bisschen los aber der fette der macht ja alles gut und deswegen wenn ich jetzt wieder safe die auf das sofort wieder erobert er eingenommen werde ich würde niemals auf so einer map vulkan spielen hallo die waffe ist neu ja gut wir haben wir sagen es haben aber die er angebracht ja das auf jeden Fall ich frage mich ja ob ich auch äh Alter Nein was ging da ab als keiner Gegner ist für der Base vor denen ihre Flagge ich schmeck die Flagge vor weiter oh schütte da kommt der reine Tod ja ja irgendwie ja wir draggern das seht ihr richtig ich trage jetzt mal ein bisschen wenn ich das jetzt so mache kann der Pegel noch ich habe es geschafft dass mein mikrofon standard auf 100 prozent bleibt okay das ist sehr nice kann schon an 120 einstellen prozent nee aber ich kann äh lauter reden oder näher rangehen weil ich gerade keinen Bock auf lauter reden habe deswegen gehe ich einfach näher an Alter wie viele haben gerade bitte Titan wir fahren drei Leute mit Titan heil mich ja sorry ich war gerade leicht verpleiert die Titans haben mich irritiert auch wenn es lustig klang heil mich äh nein mit dem fröschen Ausschuss der Wette will ich nichts zu tun haben das klinge bei uns zufft so man ach ach ey ha ha ne der bräuchte mehr wie ein Leben um all seine Strafen bei mir abzusitzen und abzuarbeiten er bräuchte so wie immer er bräuchte das Doppelte von der Katze höh tja ich bräuchte auch immer ein bisschen Heilung ne ach yes das ist ja nie wieder das war jetzt knapp manchmal frag ich mich wie du den Kopf hast Ich habe Luft wieder in derunder... Bamm. Wir sind wieder. Helmich. Helmich!!! Schnell. Danke schön. Du heilst mich, ich heil dich. Oh, schade. So läuft das hier bei YouKu2. Achtung, Twins kommt, Twins kommt jetzt!!! Aber na gut. bei youtube läuft es so ihr abonniert mich ich danke euch das stimmt auch noch boah kennst du diese süße süße bei instagram oder so alter ohne witz i follow you you follow me ja dann siehst du irgendwie Leute sie folgen 200 und ihnen folgen 150 ja und 120 davon ne 130 davon sind welche von den 200 denen sie folgen ich bin jetzt noch nicht so ganz wieso aber na gut und ich weiß dass wir eine scheiß feier wird in unserer place haben weswegen ich jetzt gestorben bin denn die hat atomkraft und haut ordentlich rein da dieser wollten da war sie eine ratte weg kommt die andere sind schon doch Ordentlich haben wir alle M1 oder was da wo? NEIN! Da lag ne Mine! Was geht bei dem? Ich hätt den Gegner Flag wegsnacken können. Ich fahr so Gang hoch gesehen. Scheiße Mine. Und dann hattest du noch bumm und ein Tod war mal da. Ein Tod war mal da. So, ich will jetzt die Flagge. Alter. Die Twins schقت mich ja sowas von durch die Kamera! Uncool, 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 uncool. Nice one, Team. So, man muss sich auch mal bedanken. Denn es sind nicht alle so guter Tänkelspieler. Es gibt im Werkzeug. Aua, ja, in der voll, in der... Boah, ich könnte noch immer ausrasten bei meinem Level-Up, der Mongo. Boah, ich hätte den... Ich hätte mal am liebsten die Eier abgerissen, gefressen und dem ins Maul gestopft, Alter. Welche? Dem Spacken. Einer aus meinem Team. Hat doch keiner. Der Obermann, ein bisschen schneller, bitte. Ich stehe hier oben bei dem am Flankenbank. Ja, sorry, das ist gerade einer von denen, die unsere Flank hat. Ach, da ist er anzufallen. Ja, kümmert dich mal bitte um den. Ich habe ein paar Wolken ins Arm. Ich komme da nicht hin, ich habe kein Leben. Das ist sowas von natten. Du hast das zu machen. Ja. Nein. Lechter, nur nein. Ja, gut. Ich muss das mal den Papa machen. Der Papa macht das gut. Genau. Zur Belohnung darf schon jetzt noch ein Flagg einnehmen. Ja, krieg ich noch ein Keks. So, guck mal, der Firebird kommt vielleicht an. Erobert sie auch, hoffentlich. Nein, er erobert sie nicht. Verdammt, wieso erobert sie also nicht? Weil er aufs Dach geflogen ist, oder? Oh, okay. Ich auch? Nein, ich bin überhaupt kein Drugger. Ich doch nicht. Ich droge jetzt nicht von das dritte Hybrid in Folge, oder so. Fahr! Fahr! Da kommen die Twin! Los in die Flagg! Die Flagg kommt gleich zurück. Wenn sie es... ... ... ... ... ... ... ... ... 14 Minuten, Alter. Die Folge hat so eine Überlänge. Aber na gut. Ohne Witz, die Schlacht durchgespielt hat, weil es war eine Stunde. Eine Stunde. Ach, das ist sein Problem. Du wolltest ja unbedingt Level nachkommen. Ach komm! Ohne Witz! Dieあと schon wieder drauf rum, ne? Was! Ich kippe noch mal, ich kippe noch mal. Ich kippe noch mal, wie heißt es immer so schön? Ich kippe noch mal direkt in eine offene Wunde... Yeah, streue nochmal Salz. Und ja, doch Salz. Ich streue nochmal Salz hinein... ...prech weil es kann. ich sollte mich verbissen schleunigst abwissen bei dem ganzen kugelhagel von den ich würde sagen gerade mitte hoch das war nicht gerade entspannt aber der müsste so ein der menschen das ist echt kreuz das weiß ich was kreuzfeuer heißt er kommt mit kommen runter gehöbelt ich warte auf dich und bleibt die twin äh der hat keinen Bock mehr lol das Mikroform wegelt sich doch runter wieso bei ihm hat es das nicht aber es regelt sich auf jeden fall schwerer runter das ist schon mal kommst du heil mich heil mich heil mich jetzt weiß ich wieso sich das runter geregelt hat weil ich übersteuert habe und das ist ja jetzt vom Mikrofon und nicht vom programm denn ich habe nur ausgeschaltet das verschaltet das externe programm was aber nicht heißt dass das Mikro von sich selbst verurteilen kann was ja durchaus für eure ohren also was der Zuschauer nicht unvorteilhaft ja yes dann fahr ich halt wie gesagt ich bin kein Jogger spring doch einfach jetzt rein nein das schickt sich nicht so Jogger du bist aber sowas von arschnapp obendurch die Flagge geflogen ob es gerade so mit meinen riskanten Aktionen hehehe alter ganz ganz minimal so ich brauche nur kurz die Flagge holten danke also wir sind gerade echt gut muss ich sagen also ich bin gerade echt gut muss ich sagen hehehe alter wie die die letzten Folgen Junge ich will nicht wissen wie oft ich mich da jetzt schon selbst in den Himmel gepriesen habe du meinst Eigenglaub stinkt hehehe zum Glück war der Scheiße was hehehe ich hab gerade gar nicht aufgefasst hehehe 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 Junge ne hehehe Junge So, meinst du Eigenlob stinkt und ich? Zum Glück benutze ich nen Deo. Hahahaha, alter! Hahaha, oh shit. Oh shit. Long half hour. Jetzt hab ich geschlachtet. Neun Minuten geht und daran folgen die ja nochmal. Nein. Nicht? War das dann die Folgen davor schon? Ja. Ach so. Aha. Noch, noch, noch Männer. Einen können wir noch. Einen können wir noch. Lass mal die Twins wegmachen. Hab was besseres grad zu tun. Hm. Find ich uncool. Das kann doch nicht Ihr Ernsthaft sein. Hahahaha. Alter, alter! Alter Vater! Junge, das glaubt doch denn Ihr Ernsthaft. Wie viel Glück kann ein Spacken haben, Alter? Wie viel Glück? Eine Sau, Alter. Hast du diesen Sprung gesehen? Dieser Aufprall. Ich hab da sowas auch gesehen. Echt.. Was geht? Oh scheiße Ich hab das gesehen Ohne die Wolken müsste man auch Wenn ich grad nur am Hightech spammen bin, ne? Jah Kann ich mit machen 440 Ha? 440 311 Ja toll Da hältst du es wohl ein bisschen länger aus, würde ich sagen. So, es sauer noch ein bisschen Titan hat und die Gegner fragt. Okay, wir stellen dich schon mal auf Warteposition rein. Körperlich will ich jetzt nicht sagen. Eingeschränkte Untersätze. Maschinell eingeschränkte Untersätze. Ja, scheiße, wenn man die dann so sieht. Und der hatte schon nicht vorgedehrt. Also, weißt du, was da für ein Highspeed-Tempo am Start ist? Hm, 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 hm. Komm, schritt, ich hab ja gar kein Ding im Sins mehr. Alter, ich struggle nur ein... Ha, 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 ha. Ihr könnt mir nicht mehrける, was? Na, ha, 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 ha! Was, 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 was? Baah! Ja, ich, die Krieg steht nicht. Sonst mach' mal. Guck mal, was für eine Folge haltet ist. Wenn ihr verkehrt habt, kommt Twins von oben angeflattert. Ich hab kein Bock drauf. Hä? Ich hab kein Bock drauf, wenn Twins von oben angeschwört kommt. Oh lol, ich hab 888 Atomkraft. Ist nicht gerade sehr viel, ne? 3000 irgendwas. Ja, ich trage ein bisschen. Ein bisschen selten, aber noch gut. Ahhhh. Ah, da liegt dann wieder in der AGLP. Dankeschön. Zum Glück hab ich noch was ernst gedrückt. Soll ich mich dann irgendjemanden aufheilen muss. Du kannst mein Kopf nicht heilen. Hier, 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 hier. Was bist du denn? Ich bin jetzt ja nicht so ein privater Eis, oder was? Ja, vielleicht doch. Ach. Also, kann wieder ne Weile dauern. Die Wiking hatte die Flagge. Das ist ne... Titan. Alter, mach die Damage! Die... Die Wülken. Ich würd sagen, der hat's nicht außerhalb der Gegnerbase geschafft, deshalb... Meine. Ach, Mann. Das ist ja jetzt ein schlechter Scherz. Warum? Komm. Alter, muss sich das sehr bescheiße anfühlen. So hart weg in Nudel zu werden. Oh, oh. Danke. Die haben harte Unterstützung bekommen. Ja, ich fahr das schon die ganze... Ja, ja. Danke. Mach aber hin, ja. Ich fahr so schnell wie ich kann. Verteidig. Und ich... Drei. Die schieb nicht weg. Schnell, 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 schnell. Flieg jetzt! Tja, tu grad noch so an der Arsch. Tja, tu grad noch so an der Arsch. Der überlebt es auch noch, also. Ohne sich aufs Dach zu fressen. Ich. Bin. Der Argo IP. So. Du darfst da rein. Komm. Wie wir beide mehr wie tausend Punkte haben, Allah. Was? Rape in der Base. In der Base. In der Base. Rape in der Base. Rape in der Base. Rape in der Base. Von dem... Viking... Mit... Rico. Ähm. Bangaroo. Geronimo. Oh, Alter, was steht da? Da hat ne Smoky unsere Flag. Das finde ich echt uncool. Ja komm, hüpf halt drauf. Ach, die Smoky hat's. Ich dachte, die Flag hier auf der Seite. Nein! Die ist oben. Die ist mir gerade entgegengekommen. Ich bin aber trotzdem weitergefahren, weil mich noch ne Dingensens beschossen hat. Ne. 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 Vulcan. Oh, oh. Rico in der Base. Rico in der Base. Rico in der Base. Rico in der Base. Hab mich noch nicht gesehen. So. Jetzt hat er kein... Jetzt hat er keinen Schutz. Jetzt mach ich ihn weg. Alter, fährt er mir aber... Okay, der hat mich gemacht. Der ist einfach so lange ums Haus gefahren. Ich konnte nicht so richtig auf die Gießen. Okay. Ich brauch noch ne Runde. Wart kurz. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Oh, da laugne Mine! Uh! Gott sei Dank will ich hier drüber kommen. Da kommt der wieder. Die Projet kommt wieder. Oh, der hat ne Easy da am Arsch kleben! Oh Scheiße! Oh Scheiße! Oh Scheiße! Oh Scheiße! Ich bin gleich tot! Ich komm! Alter! Arsch! Knapp! Oh, wirklich Arschknapp! Fahr da weg! Stell dich hinter die... Titan! Grapp! We got it. Incoming! Hä? Hä? Führen Sie nun von Tod eine Rülps-Hust-Kombination. Am geilsten ist, wenn du redest und du rülpsst nebenher. Angriff ist die beste Verteidigung. Ab und weg, ich treib mal an. Oh shit, ich glaub' die Flagge bekommen und nicht mehr neu. Hm, ich weiß fallen, da. Ah ja, gut, also vorbei. Na ja, egal. Egal, trotzdem, was tausend Chris ist bekommen. Sehr schön. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Abonnieren und liken, wie immer gratis. Ja. Lass konstruktive Kritik da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. 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 Tschüss.